Die Welt ist so schnell, die Matthäus Cibico, 2 Meter, 2 Meter. Vielen Dank. Das ist der Röhrer-Sankt-Krater-Zirschmuch. Dieser Schwung der Lüge für die Leben seiner Passengeräste. So, die Röhrer-Sankt-Krater-Zirschmuch. Machen Sie mit, sprechen Sie mit. Freien Sie mit der Macht und der Röhrer-Sankt-Krater-Zirschmuch. Die Röhrer-Sankt-Krater-Zirschmuch. Die Röhrer-Sankt-Krater-Zirschmuch. Das ist so weit, aber es bereitet. Ich freue mich, dass er nach der langen Verletzungspause Bühler für sein Comeback ausgesucht hat. Und da applaudiert er sein Publikum und er lascht seine Fans ab. Und das wird jetzt gleich wahrscheinlich auch Martin Günther machen. Mit der Startung 103 steht er bereit für seinen dritten und letzten Versuch. Das sollte doch jetzt klappen und wir sind dabei. Jonas Jensen. Und das soll abrufen. Und das soll noch abrufen. Jonas Jensen. Ein Super-Ding. Das wäre, wenn ein Jürgen-Schneidiger heute hier wäre, ganz sicherlich die 2 Meter. Wunderbar, Wunderbar. Und das soll abrufen. 6.20 Uhr Beheber Das war's für heute. Also was hier aufstehen ist Wahnsinn. Woh! 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 1.10. es ist wieder wirst du früh Und vor dem kommst du auch nicht zufrieden Ich will einfach nicht nach wie bei 24 und 22